Oh, Jemmas Officer. Kratz! Es ist nicht jeden Tag, dass jemand zurückgekehrt wird. Ja, aber wir müssen das jetzt machen. Wir werden nur 24 Stunden bekommen. Das wissen wir doch. Danke! Was ist denn hier? Oh fuck, kommt das jetzt aus dem Film? Kommt ihr jetzt Janemba oder was? Kann nicht sein. Tankboy! Tankboy! Oh scheiße, sag bitte nicht, ich muss hier Janemba klatschen. Das glaube ich nicht. Was machst du hier? Das ist ein Dachios, die ganzen tollen Dinger hier. Mit dem unglaublich bösen. Ein Purdy mit der Pupu und Bosheit. Jetzt hast du ein Problem, Kleiner. Was war das? Die Seelenreinigungsmaschine ist explodiert. Hast du jetzt wieder verarschen? Was macht ihr denn da? Wie bist du denn so schnell hier hingekommen? Ach, du bist doch ein Spinner. Pick on of course, Sir. Gott, nein. Nee, bitte nicht Janemba jetzt. Oh fuck. Janemba. Chapter 3. World Tournament. Scheint. Und anscheinend doch nicht Janemba. Aber warum haben sie das jetzt gezeigt? Okay, haben wir jetzt trainiert? Auf την Blick dafür ja nur her. Neutties muss man denn sich verarschen. Ah, wir müssen erst mal wieder hin. Oh ne. Müssen wir uns mal wirklich trainieren hier? Oh gott jetzt muss ich erstmal, wo kommen die Leute her? Oh gott jetzt muss ich erstmal, wo kommen die Leute her? Komisch… Volles Mädchen reingedonnert. Hau ab, du Spinner. Ich spinne hier, du. Schönen guten Tag, was dir wünschen. Hören Sie doch auf, das tut doch weh, wenn hier was explodiert. Wo ist es aber reingerannt? Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt richtig laufe. Aber wahrscheinlich, wenn hier so viele Gegner sind, wird das schon nicht falsch sein. Oh, volles Mädchen weggesemst. Verhöh mal die Energie, oder was das ist. Die Steine sind eigentlich noch kaputt. Nee, kann man nicht mehr kaputt schlagen. Ja, konnte man das. Und Speicherpunkt. Speicherpunkt. Ich liebe das. Den Reißball nehme ich mit. Da kann ich keine Nix. Was ist da unten? Oh, guten Tag. Kommen wir hier nochmal woanders lang? Oder ist das einfach nur ein anderer optionaler Weg? Wunderschönen guten Tag, die Herren. Die machen kaum Damage. Aber ich habe auch nur 162. Das ist mal ganz schwer einzuschätzen. Das ist ja wohl 65, macht aber nur so wenig Damage. Ich habe auf mich zu schlagen. Pff. Oh, meine Milch. Energie. Energie. Für mich. Ja doch, und da oben kommt man dann wieder nur rum. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Wir können wieder rumgehen. Ja, aber jetzt wollt ihr euch prügel. Er wollt prügel. Ja, komm her. Wie ziehst du prügel hier? Kein Problem. Song Gohan macht hier ernst. Er lässt sich doch von solchen weinerlichen kleinen Waschlappen nicht fertig machen hier. Wie ist Song Gohan denn hier so durchgerannt? Wie 140? Witzig. What? Needs to be a higher. Was? Kann nicht sein. Dann ist es woanders. Dann ist es woanders. Dann laufe ich hier gerade falsch. Ähm. Oh, wir brauchen ein bisschen Stärke drauf. Geht jetzt da oben noch lang? 140 ist ja schon extremst. Nein, 140 kann das nicht sein. Irgendwo muss es noch einen anderen Weg geben. Wir müssen suchen hier. Das ist wahrscheinlich ein separater Weg, den wir gehen können. Finde ich gut. Gibt es also wieder so Geheim-Dungeons. Oh, oben kommt auch noch lang. Aha! Guten Tag, Gohan. Wollt ihr dich prügeln mit mir, oder was? Hey, Bro, I need your help. So, siehst du die Steine da? Schmeiß sie nach mir. Hä? Warum? So. Was ist denn für ein Hals auf dem Bild, Igitt? Eins, zwei, drei. LOL! Was soll denn das? Mist. Bin wir fertig? Ey, ich seid bescheuert. Ah, you mean like me. Hopp. Oh, jetzt zeigt er uns, dass er auch ein super Sawyer-Ginnes ist. Er war auch verlangt, um das zu werden. Und er hat uns geschafft. Mom, taught me how you are studying all the time. Mom, that's weird. Man hat sie mit Chipschi trainiert ihn erst mal. Aua! Oh, ich muss mir die angreifen, Mann. Fällt dir deine Arme. Ich hab dich kaputt. Come here! So, Schuss jetzt. Feierabend. Gravity Chamber. Oh, jetzt geht's ja auch los. Vegeta und Trunks. Gravitation ist, wie wir unten sind, bei null. Du kannst dich wohl ausruhen. 150 times Gravity. Ja, ich muss mich erst mal verwandeln, dann geht's wieder. Yeah! Und auch Trunks verwandelt sich zu einem Super-Saya-Gin. Alter! Damals war... Das, was Vegeta da erzählt, fand ich auch immer geil im Anime. Damals war es noch was Besonderes. Und heute ist es nichts. Trunks ist unlocked. Ja! Was soll ich jetzt machen? Ich will mich entwickeln! Dankeschön. Ja! Oh, Rums! Ah, verdammt! Ich kann mich gar nicht kriegen! Hä? 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 Ach jetzt, ich mach doch gar nichts. Was ist das Drücken der A-Taste? Nein. Ich krieg' dich! Ich krieg' dich, Vegeta! Ich krieg' dich! Ich krieg' dich! Ich krieg' dich! Alter, jetzt verwandle dich! Ich zieh' auch gar keine Anzeige hat. Hat Trunks keine? Na, warte mal. So, da ist, da ist, da ist jetzt wirklich... Da soll ich mal... Ich schieß' den jetzt mal an. Bumm! Was soll ich denn machen hier? Hallo? Äh... 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 Ich verstehe das nicht, was soll ich denn hier machen? Hallo, was soll ich machen? Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Was steht denn hier? Habe ich irgendwie was? Rüste dich mal aus. Ne, Quatsch, dann ist ja mein Speed langsamer. Das geht nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Guck mal, ich kann hier laufen und er verwandelt sich von selbst in einen Super Saiyajin. Ist denn jetzt das Ziel, dass ich Vegeta fange oder was? Ja, warte, dann habe ich eine Idee. So, verwandelt sich jetzt. Jetzt warten wir mal eben. Trunks, Entwicklerung zu Super Trunks. So, jetzt pass auf. Jetzt fiegt er nämlich nicht mehr und jetzt habe ich ihn. Oh, da war er doch. Ich habe ihn doch gehabt. Du Schwein, hast mich betrogen. Äh, mein Ohr. Papi, ich krieg dich. Ich versichere, das klappt so. Voll gemein, einfach mal Vegeta anschießen. Jetzt habe ich dich. Ey. Ey. Jetzt hast du mir meinen Plan kaputt gemacht. Jetzt fliegt in die Mitte. Oh, Vegeta. Kannst du deinen Sohn denn so ärgern, hä? Das macht doch keinen Spaß, das Spiel. So, was ist denn das? Jetzt. Und zurück. Jetzt bin ich zu weit gerannt. Da habe ich ihn doch schon wieder gehabt. Alter, Vegeta sind Cheater. Ich hasse Vegeta. So. Langsam. Jetzt mache ich das langsam. Pass auf. Jetzt trickse ich ihn aus. Jetzt trickse ich ihn. Ich hatte ihn. Das war gefangen. Leute, ich mache einen Schnitt. Das hat keinen Sinn. Das Spiel mache ich nicht mit. Bis gleich. Bis gleich.